Musik mal gucken Während das Licht dröhnt diese Musik erstmal in den Ohren ist aber auch geil hier drin Quatsch hier drin und diesmal bin ich schlau genug sodass ich den Stein jetzt noch drin lasse zack Nee Moment Ja, da kommen wir schon wieder durcheinander So, jetzt ist es richtig Das nicht Das nicht Dann kommen noch die hier raus Die kann man ja im größten Teil rausschütten Sehr sehr Das ist eine Erleichterung Läschrige Bauch So, wie weit sind wir hier reingegangen 1, 2, 3, 4 Wir machen das dort genau 1 Steine Wie ich mich danach sehne ein riesen Zauberer zu sein jetzt mal eben so fertig Aber gut Wir waren Wir waren 4 drin ohne Wand einen Knitt zu berechnen Das heißt noch einen, ne? So Denn ich will jetzt hier keinen Ring machen Also nochmal kurz gucken Es stimmt Jetzt nehme ich noch den Boden raus Oh, geil Oh, geil Oh, Kohle Hauen wir die noch eben schnell weg Zieht ja keiner Damit ihr was seht Hauen wir da noch einen Fackel hin Und Level 10 Das ist ein Drittel von dem was wir noch erreichen wollen Und ich glaube die Hälfte von dem was wir schon mal hatten Den nehmen wir wieder mit Wir brauchen jeden einzelnen Rohstoffpunkt Und Und jetzt noch eben die Wand und die Decke Oh, dann sind wir noch links nicht fertig Ach Alte Bauten findet man schnell wieder Und weg Ja Mein Aufschluss der Verzweiflung Wenn ich mich immer verbaue Ach Mein Aufschluss der Verzweiflung Wenn ich mich immer verbaue Und zack Jetzt noch eben die Decke Und Dann können wir erstmal Entweder auf Wolle suche Oder wir machen weiter Ich würde sagen Nee, 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 nee Erst weiter Wobei ich ja weniger Wolle suche oder mehr Wolle abfahren muss Aber ist ja egal Aber ist ja egal Mist Was heißt Wieso muss ich jetzt hier Bravourös Kram Damit Müsst du es jetzt hier Und nun Ja Muss ich gucken So Das Eis Im Großen Das Eis Im Großen Und das ganz so Machen wir mal hier hin Machen wir es mal so Wir brauchen später immer noch Dann kann man das verlässt Ist ja irgendwie Und dann mal Ja Zum Glück sind die Farben jetzt alle angepasst Dass das auch passt Zack Okay Das heißt ich gehe jetzt noch weg Jo Das mach ich bewusst nicht mit Treppen Weil es dann mit Treppen zu Treppenhaus mäßig aussieht Wir wollen ja ein paar Exzente setzen Das soll ja nicht so ein Ring Also ein Ringgang Ein Gangring werden Sondern er soll doch ein bisschen nach was aus So Das muss ja hier genauso sein Das heißt wir bauen wir nochmal halbe von den Holzdingern Das heißt Das heißt Hier so Machen wir hier wieder Ganze Und Hier kann das wieder so Und Hier kann das wieder so Dann geht der Gang genau so runter wie es ist Wobei Okay Ich überlege Das könnten wir besser einen versetzen Mal gucken wie das aussieht Ich bin selber gespannt Wo das hier nochmal eine Riege so muss Dann eine Riege so Ja doch Ja doch Mhm Dann wieder eine Riege Mit neuem Holz So hat man doch mehr Freiraum am Ende Und Machen wir hier erstmal die da hin Und Jetzt kommt auch wieder die Wand da rein Oh Oh Der muss irgendwie hauen Boah 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 Ja doch Das machen wir noch ein Stückchen weiter So wie es aussieht Boah 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 Der mittelst uns nicht auf den Kopf nicht Boah 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 Und weiter geht's. Ja. Und weiter geht's. Ja. 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 Was gibt's denn noch im Kurenzen? Oder sonst überhaupt? Relativ. Und Spektrum. Wir sehen was in der Welt passiert. Einige. Oder das Leben. Was üblich halt, muss ich sagen. Das reicht doch hier schon. Jetzt muss ich mal wieder die Decke rein machen, denn ich hab ja was vor. Ja, 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 was vor. Ja, 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 ja. Das hier. Dieses nervige Telefon. Einen Moment, bis gleich. So. Das war ja natürlich wieder peinlich. Ich soll das Telefon ausmachen. Oder beziehungsweise, ja, ausmachen. Wenn ich aufnehme. Ach ja. Ist ja egal. Ist unter anderem wieder dieselbe Person wie letztes Mal gewesen. Und der hat es auch schon gesagt, dass die wirklich jedes Mal, wenn ich aufnehme. Auch wenn es mal so ein Test war. Ruf die an, die Person. Schon komisch. Nee. Da muss ja nichts hin. Sehr holzig. Dann ist gut, dass ich noch ein bisschen was ändern darf. Hammer war gerade nicht. Spieg. Also ein paar Änderungen werden natürlich nicht. Also ich... Hatte ich jetzt gesagt, der Gang war nicht? Ich müsste jetzt eines weichen. Oh nein. Das heißt... Nee, hier kommen ja halbe Rüge. Nee, ich will nicht auf halben. Und ich will keinen Grundsatz aufhalten. Und jetzt ist der Gang war schon fertig. Und dann scheißen wir doch mal auf diesen einen Hälzler. Und hier fängt natürlich weiter Dingens an. Da war schon wieder ein Hacker drin. Wie weit sind wir jetzt hier runtergegangen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und ab dem sechsten ging es weiter. Das heißt, wir sind jetzt sieben noch weiter reingegangen. Och ich will mal einen Hälke. Und Ollie. Du haben die Hälfte in der Löhre. Die, 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 die.